Hallo, jetzt mal ein kleines Update von meinen Geräten. Hat sich inzwischen nach draußen verlagert, weil in meiner Spielhalle selber kein Platz mehr ist. Dient mir momentan als Werkstattplatz, aber soll irgendwann ausgebaut werden, um zur Erweiterung von meiner jetzigen Spielhalle. Momentan steht hier mein Merkur Turbo Sunny, mein Panther Take-Off, mein Merkur Royal Flush und mein Löwentech 7. Funktioniert inzwischen auch wieder. Jetzt geht es hier rein, den Raum kennt ihr. Hier haben wir mein Betty Wurfel, mein Merkur Poker Star, mein Merkur Egypt Fun, mein Merkur Star. Nach hier unten aufgrund von Platzmangel schon mein Typhoon. Hier neben auf dem Tisch mein Winner, auch ein schönes Andenken. Dann haben wir hier neben den Casablanca von Löwen, mein erstes Gerät. Der wird, glaube ich, nie meine Räumlichkeiten verlassen. Dann haben wir den Merkur Rainbow. Dann haben wir den Merkur Thunder. Den Panther Peak. Hier unten steht dann mein Löwen Voodoo. Daneben mein Belly Wolf Sky. Und hier oben drüber meine Jackpot-Anlage, wo auch jeweils ein Terminal über den gehangenen Automaten hängt. In meinem Wohnzimmer dann noch meine Hexe. Hat einen Sonderplatz gekriegt mit Genehmigung der Frau. Aber ich gehe davon aus, dass mein Würfel den Weg auch bald finden wird ins Wohnzimmer. Das sind die einzigen Geräte, die dann da hängen werden. Und auch nicht mehr. Somit habt ihr einen aktuellen Stand von meiner Spielhalle. Und natürlich, ganz wichtig, den Wachhund nicht vergessen. Ich habe gleich zwei davon. Sieht man, glaube ich, etwas schlecht. Aber sie sind da.